Hallo, ich bin Franz und ich bin ein Küken. Ja, liebe Leute, die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich nur darüber nachdenken, wie niedlich ich eigentlich bin. Diese Leute verlieren aber jegliches Maß an Realität und haben überhaupt kein Auge mehr für das, was ich tue. In so einem Fall schlage ich zu. Ich spiele im Kernkraftwerk rum, ich quäle Katzen, verschicke Briefbomben, tüte Menschen mit 37 Messerstichen und lässt ihre Hände Karl, da liegt ein toter Mensch in unserem Haus. Klaue Ozon aus der Atmosphäre und erzeuge die Wirtschaftskrise. Aber das Beste ist immer noch, niemand würde einem so niedlichen Küken wie mir etwas antun.